Willkommen vor den Empfangsgeräten. Ich bin Mongo Zerkum von Infraktar und ich bin wieder in Starbound. Ich habe mich die ganze Zeit zurückgehalten und alles mögliche andere gemacht, aber es ist jetzt gut. So, zack und runter. Okay, also die Zeit vergeht, auch während man an Bord, also wenn ich nicht da bin, ist ja cool. Auf jeden Fall ist der Wald gewachsen, den ich gesetzt habe. Das ist doch schön. Das gibt gut Holz. Dann ernten wir. Und dann sehen wir direkt wieder an. Ne, wir brauchen ja mehr Land dann. So. 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 Gold, Kupfer haben wir noch gesammelt. Das ist das Feuerchen. Warte, wir haben ein bisschen Nahrung. Ich muss sich aber noch ausführen, wie ich meine Nahrungsmittel craftet. Egal, erstmal mal mit Holz. Also, Wald zu pflanzen, also Räume zu pflanzen, ist definitiv, äh, lohnenswerter als, ähm, irgendwie auf dem Planeten rumzueiern und Holz zu prüfen. So, wunderbar. Ähm, und dann pflanzen wir jetzt auch direkt wieder Bäume ein. Aber dann! Untertitelung des ZDF, 2020 Gut. Reicht. Apropos, das wollte ich ja mal kurz testen. Ob ich tatsächlich Holz verwenden kann. Nein, kann ich nicht. Kann ich Holz weiterverarbeiten? Ne, das wollte ich dann mal so Art of Holzkohle oder sowas. Hm. Reicht jetzt natürlich. Ne, die kaputt machen. Als erstes mal kannst du mal das Kupfer schmelzen. Dann schmelzen wir noch gleich das erste Gold. Kann man auch irgendwas da jetzt mit Holz machen. Ja, man kann Kohle herstellen aus Holz. Sehr cool. Ja, dann. Kommen wir später wieder. Oder funktioniert das? Lass ich jetzt einfach weggehen? Weiß ich nicht. Man braucht ziemlich viel Holz. Naja, andererseits ich kann die ganze Wälder anpflanzen. Das ist ja kein Problem. Aber ich habe ja gerade erst angefangen, äh... Sag mal, wie schnell wachsen hier die Bäume? Okay. Ähm. Ja, wir haben hier ganz recht, ja. Oh, lebt denn da all das? Also, die Baumarten sind auf jeden Fall ziemlich gut geeignet, um Holz zu schüttern. Sehr cool. So lange war schon ein Schiff. Ich habe mich irgendwie, äh... Krieg mich. Ich bin mächtig. Wir fehlen eigentlich einige Stunden. Geh. Aber wir werden hier schüttern. Ja, nein. Ja, so lobe ich mir das. Ja komm, das hauen wir auch noch rum. Ja, bin ich jetzt mal nicht so. Hauen wir auch noch rum. Also definitiv sehr cool. Direkt setzen wir wieder ein paar Setzlinge. Ja. 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 Ich könnte eigentlich auch mal begradigen. Das dürfte effektiver sein. So. Aber jetzt haben wir mal wieder hier Spitzhackentätigkeit. Ach, warte mal. Auf der anderen Seite waren da irgendwelche fiesen Monster. Nehme ich jetzt doch mit. Ich glaube, dass ich die in meinem Schiff ganz gut verwenden kann. Ich glaube, dass ich die in meinem Schiff ganz gut verwenden kann. Ich habe eine schöne Treppe aus dem Dreck. Ja, dann buddeln wir uns jetzt hier mal direkt weiter in den Fels rein. Ja, aber erst mal was. Hast du recht? Ich freue mich. Okay. Ja, danke. Ah, da kommt er aus. Hm, also ich gucke, dass ich möglichst schnell weiter aufrüste, dass die Hacke angeht, weil das dauert schon ziemlich lange alles, diese Runge-Hackerei da. Aber das ist ganz komisch, dass so Spiele so einen irgendwie doch so faszinieren. Ups, wo ist denn jetzt die Maus? Ah, da ist ein Bild rausgeflogen. Nö, hier ist uns nichts zu holen. Okay. Wollen wir einen schon wieder zumachen, ne? Oh. Moment, jetzt gehen, glaube ich, mit der Axt schneller. Ja. Definitiv. So, jetzt setzen wir mal die Lampe. Ah, die Lampe macht doch deutlich. Ja gut, aber dafür ist er auch teurer. Da muss man sich natürlich schon überlegen. Hm. Hm. Ja. Wahnsinn. Ok. Okay. Okay. So, wir sind nicht die Hinterführung. Vielleicht sollt's schon nicht so geizig sein und irgendwie doch mal ein bisschen mehr Fackeln herstellen. Also, so dicht an der Oberfläche gibt's relativ wenig Rohstoffe, hab ich den Eindruck. Zumindest auf dem Planet hier. Wir sind aber noch nicht großartig tief vorgetrunken, deshalb wird das auf jeden Fall noch interessant, wie der in der Tiefe aussieht. Ja, komm. Na, ich nehm an, dass die hier wahrscheinlich einen Vorteil bringt, dass er vielleicht noch Wärme bringt, aber es ist auf jeden Fall ein anderes Licht. Keine Ahnung. Hm, ich kann gleich mal hochgehen, mal gucken, ob der Ofen des Holz, das ich reingeschmissen hab, schon verarbeitet hab. Und dann kann ich nachmunitionieren. Holz ist ja echt kein Problem mit meiner großen Baumplantage. Okay, da kommt nix mehr. Oder ja, da ist ja durchgefroren die Oberfläche. Also Jochen Sch Ich rau- Das hier. Das hier. Das hier. Also, das hier. Ach, das ist dieses Riesenvieh! Alter, wo das Vieh hinhaut... Oh, das ist das Riesenvieh! Oh, das ist das Riesenvieh! Oh, das ist das Riesenvieh! Das ist ja noch so eins! Jawohl! Ah, fast! Jawohl! Ah, fast! So, aber es ist nicht schön warm. Ist mir nicht mal aufgefallen. Yes! Ein Stormdicer? Was ist denn ein Stormdicer? Ah, ein Schwert! Das ist auf jeden Fall besser als der Schrott, den ich habe, wie ich mal behaupte. DPS 4... 1, 2, 5, 3... Ne, macht ein bisschen weniger Schaden. Ja, ob man davon macht es ein bisschen Feuer oder so? Keine Ahnung. Ja, jedenfalls haben wir das komische Vieh besiegt. Also, das erste von diesen komischen Viechern. Also, ich muss echt gucken, dass ich mir irgendwie ausrüst mit besserer Rüstung und Waffen und so, dass ich mir hier klarkomme. Ach so, das war jetzt doof. Ne, das ist doch... Bubux! Ach so, das ist so eins. Das ist ja doof. Ne, das ist doch selber besser. Ach, das ist ja doch besser. Das macht die gerade irgendwie sauer, glaube ich. Hm, also ich experimentiere gerade so ein bisschen, ich habe ja kein Schimmer bis jetzt. Oh! Oh, ich habe Fleisch gewonnen. Nein, 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 komm doch! Nein, nein! Das war knapp. Nein, 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 nein! Ah, naja... Ach, ja. Ich wollte Eho auf Schiff nur auf uns gucken. Ich glaube wir machen noch einen zweiten Schmelzofen. So, das ist der Senkot. Keine Ahnung. A Metalworkstation. Da brauche ich einen Molten Core. Keine Ahnung was das ist und wo ich das herkriege. Die können wir jetzt mal herstellen. Ein bisschen was gesammelt hatten wir in der Hinsicht hier. Da. Ja, das dauert halt dann immer alles ziemlich lange. Das ist schon irgendwie... Hm. So. Wunderbar. So. Ich hab bloß versehen geheilt. Ähm. So. Da. Da sind Waffen. So. Wunderbar. So. Aber ich glaub Schenker war glaub ich das Teil das ich ja schon hab. Gell. Ne Storm... Stormdicer. Ja gut. Ich brauch aber irgendwas... Anderes. Ähm. So Eisen brauchen wir auf jeden Fall mehr. Wir könnten aber schon mal eine Eisenachse herstellen. Achso das ist zum Kämpfen. Was hab ich denn da grad? Das ist nur... Hm. Gucken wir mal nur unter Werkzeugen. Ah da ist auch gar keine Axt dabei. Ich hab jetzt auch immer ein Eisen verschwenden für eine Axt die ich jetzt nicht unbedingt brauche. Find ich auch doof. Da ist Rüstung. Okay. Da fehlt mir ähm. Da fehlt mir ähm. Da fehlt mir ein Kupfer. Hm. Achso. Ähm. Ja genau. So. Ähm. Und dann hau mir nehm ich das äh weg. Und dann setzen wir da jetzt auch dieses Metall Zeugs. Das sieht halt dann schon so ein bisschen harmonischer aus. Genau das wollte ich mir auch angucken was ich da jetzt eigentlich noch machen kann. Aber das ist nur so normale Kleidung. Ich kann Stoff fischen. Ach dafür brauche ich das hier. Okay. Naja gut. Dann weiß ich Bescheid. Dann gucke ich dass ich davon noch irgendwas organisiere. Da war nichts mehr drin. Achja. Alle anfangen. Ja. Dafür ist garantiert wieder irgendwas nachgewachsen. Ja. Es ist ein bisschen was nachgewachsen. So. Äh. Genau. So. Wie ist der eigentlich reingekommen? Huiiii. So. Macht Ernten Spaß. So. So logisch bin ich das auch. So. 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 gefällt mir das irgendwie. So. 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 Das ist gleich.